Willkommen bei der Bellwü-Gruppe, einer schweizerischen unabhängigen Finanzdienstleistungsgesellschaft mit Fokus auf Asset Management und Vermögensverwaltung. Als Leiter des Portfolio Management Teams von BBB Tech bin ich täglich mit hohen Datenflüssen und Datenmengen beschäftigt. Mit dem neuen System haben wir eine deutliche Verbesserung und Steigerung der Übertragungsraten erlebt, was zu besseren Arbeitsqualität und Resultaten führt. Mit der bestehenden Lösung basierend auf Hyper-V und iSCSI Storage und der Tatsache, dass Excel-Sheets von Tag zu Tag grösser werden und die User immer mehr auf ihre Excel-Kalkulationen warten mussten, waren wir uns nicht sicher, ob wir hier weitere Rollouts durchführen möchten. Wir suchten eine VDI-Lösung, die bereit war für heutige und zukünftige Workloads. Sie sollte einfach zu bedienen und implementieren sein. Wir haben uns für Hyperflex entschieden, weil es eine All-in-One-Lösung ist. Compute, Storage und Network – alles in einer Box. Durch die Tatsache, dass wir UCS-Manager schon jahrelang einsetzten, war es für uns einfach zu installieren. Wir betreiben die IT hier zentral in Küssnacht für all unsere Außenstellen. Durch Citrix HDX können wir performance-intensive Applikationen wie Bloomberg schnell und einfach zur Verfügung stellen. Der grösste Benefit von Hyperflex für uns ist die Integration des Storage. Es muss nur an der Score- oder Data-Center-Switch connected werden und fertig. Für zukünftige Deployments im Bereich Marketing, wo wir grafikintensive Applikationen wie Photoshop einsetzen, überlegen wir uns den Einsatz von NVIDIA Grid Grafikkarten. Durch den Einsatz von Hyperflex konnten wir unsere Systemlandschaft vereinfachen und sind bereit für zukünftiges Wachstum. Hyperflex Ich habe schon einen